Das iPhone 6 ist mit seinem 4,7 Zoll Display das kleinere der beiden neuen Apple Smartphones. Trotzdem ist es wesentlich größer als sein Vorgänger 5S. Ob das neue iPhone 6 im Test überzeugt, klären wir in diesem Video. Fangen wir gleich mit einer Paradedisziplin von Apple an, nämlich Design und Bildschirm. Apple setzt beim neuen iPhone 6 wie auch beim iPhone 6 Plus auf ein komplett rundes Design und verabschiedet sich damit von harten Kanten. Die Rundungen kommen der Haptik zugute, da das Smartphone dadurch sehr angenehm in der Hand liegt. Weil auch die Displaykanten abgerundet sind, schafft Apple einen fließenden Übergang vom Rahmen zum Screen. Wie beim iPhone 6 Plus sitzt das Display des iPhone 6 in einem vergleichsweise großen Gehäuse. Mit seinen Maßen von 6,7 x 13,81 cm ist das Apple Handy ungefähr so groß wie das LG G2, das mit 5,2 Zoll allerdings über ein deutlich größeres Display verfügt. Dafür gehört das iPhone 6 mit seinen 6,9 mm zu den dünnsten Smartphones auf dem Markt. Wenn wir die hervorstehende Kamera mit einrechnen, sind es allerdings 8 mm. Apropos hervorstehende Kamera. Sie hat zwei große Nachteile. Das Objektiv der Kamera kann dadurch schneller Kratzer abbekommen, auch wenn es aus besonders kratzfestem Saphirglas besteht. Zudem liegt das iPhone unruhig auf dem Tisch, weil es beim Tippen im oberen linken Display-Bereich wippt. Nicht gerade das, was man von Apple-Designs gewohnt ist. Das IPS-Display des neuen iPhone 6 misst jetzt 4,7 Zoll, also fast 12 cm in der Bilddiagonale und löst dabei mit 1334 x 750 Pixeln auf. Daraus ergibt sich die für ein iPhone-typische Punktdichte von 326 ppi. Auch wenn der Screen weniger Pixel als vergleichbare Androiden wie dem HTC One anzeigt, ist die Qualität insgesamt sehr hoch. Aufgrund der guten Display-Technik, durch die Glas und Touchscreen noch dünner geworden sind, sehen Inhalte nicht nur knackscharf aus, auch die Leuchtkraft des Bildschirms ist mit gemessenen 477 Candela pro Quadratmeter sehr hoch. Der Kontrastwert liegt sogar annähernd auf AMOLED-Niveau. Außerdem verändern sich auch bei weitem Blickwinkel weder Farbe noch Intensität. Top-Display und eine super Verarbeitung. Apple-typisch liegt das iPhone 6 in dieser Kategorie auf hohem Niveau und bekommt von uns die Note 1,9. Weiter geht's mit der Performance. Hier hat das iPhone traditionell einen Vorteil gegenüber der Android-Konkurrenz. Während viele Top-Androiden mit 4 oder 8 Kernen arbeiten, begnügt sich das iPhone 6 mit dem neuen Apple A8 Zweikernprozessor mit 1,4 GHz. Hinzu kommt 1 GB RAM. Klingt für Android-Nutzer vielleicht erstmal nach veralteter Technik. Weil aber iOS 8 wesentlich performanter arbeitet, braucht das iPhone 6 nicht mehr Kerne oder Arbeitsspeicher. Es läuft teilweise sogar schneller als die Android-Flaggschiffe. Im Geekbench 3 erzielt es 2.927 Punkte. Der große Bruder iPhone 6 Plus kommt auf 3.280 Punkte. Bei der 3D-Leistung muss sich das iPhone 6 hinter der Android-Konkurrenz einreihen. Im Benchmark 3DMark erreicht es 17.516 Punkte. Das Galaxy S5 kam hier auf 18.551 Punkte. Das hat die C1 M8 sogar auf 20.505 Punkte. In der Praxis läuft das System enorm flüssig und stabil. Ruckler treten nicht auf und auch Apps starten zügig. Gleiches gilt für das Surfen im Web. Webseiten laden schnell, navigieren und zoomen klappt ruckelfrei. Der Safari-Browser arbeitet sogar in Rekordgeschwindigkeit. Mit 360 Millisekunden im Benchmark Sunspider unterbietet er sogar das Rekordergebnis des iPhone 6 Plus. Übrigens unterstützt das iPhone 6 LTE-Cut 4 mit bis zu 150 Mbit pro Sekunde sowie WLAN-AC. Hardware-Specs sind nicht alles. Das iPhone 6 läuft dank perfektem Zusammenspiel von Hard und Software den meisten Konkurrenten davon. Die Performance ist top und bekommt von uns die Note 1,3. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf Ausstattung und Software. Oberflächlich hat sich iOS 8 gegenüber der Vorgängerversion kaum geändert. Die Neuerungen stecken überwiegend nicht sichtbar unter der Haube. Zum Beispiel die neue Programmiersprache Swift und die Grafikengine Metal. Außerdem steht die Fingerabdruckerkennung Touch ID nun auch fremden Apps zur Verfügung. HealthKit importiert Gesundheits- und Fitnessdaten von Apps und ermöglicht die Kommunikation untereinander. Die Schnittstelle Extensions hingegen können Apps unter anderem für die Darstellung von Widgets in der Mitteilungszentrale nutzen. Die Suchfunktion Spotlight sucht in iOS 8 nicht mehr nur lokal auf dem Gerät, sondern auch im Internet, im App Store oder nach Orten in der Karten-App. Darüber hinaus erlaubt die Funktion Familienfreigabe unter anderem die gemeinsame Nutzung von Einkäufen in iTunes, iBooks und im App Store für bis zu sechs Mitglieder. Erstmals integriert Apple nun auch NFC in einem iPhone, allerdings nur um damit via Apple Pay bargeldlos bezahlen zu können. Das Koppeln von Smartphones oder Bluetooth-Geräten funktioniert damit nicht. Da Apple Pay in Deutschland noch nicht verfügbar ist, ist die NFC-Funktion im neuen iPhone derzeit hierzulande ziemlich witzlos. Auch wenn es bei der Displaygröße nicht unbedingt notwendig ist, übernimmt Apple die Einhandbedienung des großen Bruders 6 Plus. Zweimal schnell auf den Homebutton getippt und der Bildschirminhalt fällt quasi nach unten. Auf größeren Displays ist das sicher noch nützlicher, aber auch beim iPhone 6 ein nettes Feature. Der interne Speicher beträgt je nach Modell 16, 64 oder 128 GB. Ein 32 GB Modell bietet Apple nicht an. Auch ein Micro-SD-Kartenslot ist Apple-typisch nicht vorhanden. Software und Bedienung sind beim iPhone 6 gewohnt klasse umgesetzt. Echte Innovationen davon aber nicht erwarten. Insgesamt kommt das iPhone damit auf die Testnote 1,7. Kommen wir zur Mobilität und damit zu einem unerwarteten Schwachpunkt. Größerer Akku gleich längere Laufzeit. Dass diese Gleichung nicht zwingend stimmt, zeigt das iPhone 6. Zwar ist der Akku mit 1810 mAh 250 mAh größer als beim Vorgänger, allerdings scheinen das größere Display und die stärkere Hardware ordentlich Energie zu verbrauchen. Nach nur rund 6 Stunden Dauersurfen ist Schluss. In der Praxis muss man das Gerät also jeden Abend ans Ladegerät hängen. Mit der geringen Laufzeit liegt es nur knapp über dem Durchschnitt, aber weit hinter den Dauerläufern Galaxy Note 3 und dem LG G Flex. Dafür ist das iPhone 6 mit seinen 129g verteilt auf der Fläche angenehm leicht. Trotzdem reicht es in dieser Kategorie nur für die Testnote 3,0. Bleibt zum Schluss noch die Kamera, die wie die des iPhone 5s weiterhin mit 8 Megapixeln auflöst. Dafür hat Apple Sensor und Autofokus überarbeitet. Zwar muss das iPhone 6 gegenüber seinem Phablet-Bruder auf einen optischen Bildstabilisator Verzichten der Verwacklungen ausgleicht, trotzdem überzeugt die Kamera vor allem bei Aufnahmen unter Tageslicht. Bei schwächeren Lichtverhältnissen tritt dagegen schnell Bildrauschen auf. Im Test hat uns vor allem der schnelle Autofokus begeistert. Apple nutzt beim Fokussieren nämlich nicht nur den typischen Kontrastfokus, sondern greift auf das aus dem Systemkamera-Bereich bekannte Phasen-Vergleichsverfahren zurück. Apple nennt diese Technik Fokus-Pixels. Dabei fokussiert die Kamera so schnell, dass man kaum Unschärfen beim Motiv- oder Abstandswechsel bemerkt. Auch die vom 5s bekannten Zeitlupenaufnahmen beherrscht die Kamera – und zwar sogar mit 240 Bildern pro Sekunde, um Bewegungen noch genauer einzufangen. Trotz geringerer Megapixelanzahl als bei vielen Android-Smartphones überzeugt die Bildqualität der iPhone 6-Kamera im Test und bringt ihm die Note 2,2 ein. Wie schneidet das neue iPhone also insgesamt ab? Zeit fürs Fazit. Auch wenn die Hardware-Specs des iPhone 6 auf den ersten Blick nicht imponieren, das Smartphone läuft einfach beeindruckend performant. Positiv finden wir auch die neue Displaygröße. Das Gerät liegt gut in der Hand, die Inhalte sind weiterhin scharf, hell und kontrastreich. Außerdem integriert Apple nun Funktionen, die man zum Teil bereits von Android kennt und nährt sich damit dem aktuellen High-End-Stand. Überrascht sind wir vor allem von der besonders guten Kamera, die mit einem für Smartphone-Verhältnisse sensationellen Autofokus arbeitet. Enttäuschend ist dagegen, dass Apple zwar endlich NFC integriert, der Nahbereichsfunk in Deutschland aber überhaupt nicht nutzbar ist. Zumindest so lange, bis Apple Pay hierzulande an den Start geht. Außerdem ist die Akkulaufzeit ernüchternd gering, weshalb man das iPhone 6 mindestens jeden Abend, wenn nicht gar öfter, aufladen muss. Dass der Preis mit rund 700 bis 900 Euro wieder einmal sehr hoch angesetzt ist, muss man eigentlich nicht mehr erwähnen.